mit dem schiff lang so ich bin dadurch gefahren so dass übrigens eine datenstation damit können wir jetzt noch mal neue rennen aufdecken oder mini missionen sagen wir jetzt auch mal so mini missionen und ja das ist schön dieser anblick finde ich interessant was haben jetzt hier so großartig neues freigeschalten dann station gefunden ja